Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4, hier wieder im Intro mit dem König. Der sich jetzt gleich in den Dämon Odin verwandelt, beziehungsweise Odin beherrscht ihn oder wie auch immer man das verstehen darf. Und, äh, ja, wir wollen Odin natürlich eigentlich haben. Deswegen werde ich das weiter versuchen mit den Tipps, die wir dann so kriegen. Äh, ja, äh, Blink soll helfen. Es ist schön, dass du das nicht auf alle machst. Du beschwörst Ramo immer noch. Ähm, Rotes bitte auf alle. Und Gemach wollen wir eigentlich auch auf ihn zaubern, aber erstmal kommt Ramo ins Spiel. Das war wieder schön. So, er wirft, äh, Dings hier, macht wieder sein Ding ins, Boom ins. Ähm, ich brauch eigentlich, eigentlich brauch ich was ganz anderes. Ich brauch Gemach, da. Das machst du bitte, aber er ist schneller. Das wird wieder nix, oder? Oder, oder, oder? Uh, ganz knapp. Und das hat sogar geklappt. Das finde ich gut mit dem Gemach. Ähm, greif mal an. So, statt Vitra und so soll ich eigentlich auch, ähm, ähm, Sanktus benutzen. Das werde ich gleich mal versuchen. Damit entziehen die ihm ja auch seine Lebenspunkte. Das ist natürlich viel intelligenter eigentlich als normalen Heilungszauber zu benutzen. Zweimal Ramo, wunderbar. Autsch. Du konterst und du schlägst nochmal bitte drauf. Sehr schön. Das ist doch super. Ähm, kannst du bitte wiederbeleben? Sehr schön. Äh, 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 Lebenshymne. So, jetzt lebt der wenigstens wieder und hat gut Power. Braucht aber wieder Protis oder Blink. Ich bin gerade ganz gut dabei. Komm, dreimal Ramo. Alle leben. Bitte, bitte. Das wäre schön, wenn das klappen würde. Komm, greif an. Wir machen Protis nochmal auf alle. Keine Wirkung, aber auf Edge schon. Die anderen heilen der Zeit. Komm, greif an, greif an. Ach, shit. Ähm, gemacht, gemacht, gemacht. Oh, sieh, wir kriegen es sogar nochmal hin. Er war nicht schnell genug. Er war nicht schnell genug. Sanktus. Sanktus will ich eigentlich als nächstes machen. Äh, wir haben ihn. Yeah. Geiler Shit. Cool. Und alle leben. Das finde ich das Beste. Das war eine gute, glückliche Runde. Direkt zum Anfang des nächsten Parts. Hatte die Befürchtung es doch nicht zu schaffen. Rosa. Rydia. Tornado kann Rydia. Das ist auch cool. Du bist so stark geworden, wie du tapfer bist, Tessel. Die geschicke Barons. Nein, die der ganzen Welt ruhen jetzt in deinen Händen. Und ich hoffe, in meiner neuen Gestalt auch meinen Beitrag leisten zu können. Mein König. Rydia kann jetzt Odin beschwören. Yeah, yeah, yeah. Die helfen uns alle hier, die Leute. Mit denen wir sie jetzt beschwören können. Ähm, das war Odin. Ähm, ich spoiler mal, dass man, ähm, Leviathan besiegen muss, um Odin zu besiegen. Und vielleicht kann man es sich jetzt selber schon denken, wenn man Odin besiegt hat, dann fehlt uns noch einer, den wir noch nicht haben. Und zwar Bahamut, der ziemlich stark sein soll. Da frage ich mich auch, wie das enden wird. Ähm, den zu besiegen. Ich hoffe, dass ich das schaffen werde. Ich habe auch mich erkundigt gehabt, äh, was es mit dem Rattenschwanz auf sich hat. Ähm, was ja sehr cool ist, dass wir jetzt halt die beiden beschwörbaren, guten, beschwörbaren Monster haben. Oder Dämonen oder wie auch immer man sie nennen will. Äh, der König ist jetzt quasi aus Baron auch bei uns in Odins Gestalt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das wäre ja eigentlich witzig, weil das würde ja bedeuten, dass in allen Final Fantasy Teilen, die anderen immer noch dieselben sind. Also dass Odin immer noch der König von damals aus dem vierten Teil ist. Aber ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. So, ich habe gespeichert. Das ist super. Ähm, wir steigen hier ins Schiffchen. Denn jetzt geht es um diese Rattenschwanz-Geschichte. Denn wir haben ja dieses, dieses Adamanit-Zeugs-whatever bekommen. Und, äh, apropos. So, warte, ich muss mal, ich muss mal erstmal das Fluggerät wechseln, glaube ich. Ich muss erstmal den anderen nehmen, mit dem wir uns hochbohren können. Geh mal runter hier. Park doch mal nicht so weit weg immer. Dann müssen wir wieder gegen Monster kämpfen. Und, ja, ich habe hier noch gar keine Lust. Schnell in das andere Ding. Einsteigen, bitte. Ähm. Wo ist denn jetzt nochmal der Weg nach unten? Wir müssen nämlich nochmal wieder ins Zwergenreiche zurück. Ähm. Ja. Wo ist das? Wo ist das? Und zur Oase will ich ja eigentlich auch. Aber das ging ja nicht, ne? Oder doch? Können wir jetzt zur Oase? Hier kann man gar nicht hin landen irgendwie, ne? Das ist voll komisch, dass wir das nicht können. Vielleicht kommt das noch oder so. Wo ist denn jetzt der Weg zu einer blöden Wo? Haben wir uns denn hochgebohrt, Mensch? War das nicht sogar auf der Insel da unten? Bei den Häuschen? Könnte ich mir gut vorstellen. War das hier? Ja, hier war das. Okay. Dann abmarschen nochmal runter mit euch. Denn jetzt haben wir was Besonderes vor. Wir müssen allerdings zur Schmiede kommen. Wir wollen nämlich mit unserem Erz, was wir da irgendwie uns geholt haben, wollen wir uns was schmieden. Und was schmiedet man sich? Ein Schwert natürlich. Und ob das jetzt hier so klappt, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die hier eine Schmiede überhaupt ist. Zwergenburg. Ja, dann machen wir das mal. Müsste ja irgendwo hier in den Läden sein. Oder wie? Oder was? Herberge. Da kann man aber auch mal wieder schön Sachen kaufen. Das ist doch auch schön. Ja, eigentlich brauchen wir das alles gar nicht mehr unbedingt. Ich hole es trotzdem mal. All Heilmittel ist auch schön. Das hilft gegen alles, wenn es mal schnell gehen muss. Kruzifix noch mal. So, jetzt hier. Was habt ihr hier? Was habt ihr hier noch Schönes? Notausgänge haben wir noch. Betten 600 Gils. Ja, ist viel günstiger hier. Aber irgendwie sind wir hier noch nicht richtig. Gibt es hier nicht eine Schmiede? Wo ist hier eine Schmiede? Westturm. Keine Ahnung. Kämpft auch gegen Gils. Und dann nehmt diese Schätze. Mögen sie euch im Kampf. Mö, 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 mö. Wir haben doch alles schon. Irgendwo hier die Schmiede. Schmiede. Vom Turm aus kommt man hier nicht weiter. Da kannst du helfen. Keine außergewöhnlichen Vorkommnisse. Wollte ich mal gesagt haben. Hier als Soldat auf der Zwergenburg. Gebe ich mir Mühe, meinen Job ordentlich zu machen. Äh, passiert nicht viel. Ja. Muss ja auch mal gesagt werden hier. Schirio, schön euch am Leben zu sehen. Die schon wieder. Dann gehen wir mal nach rechts. Hier, da sind bestimmt die Plattner und so. Das, äh, Waffenschmied. Schmied. Hereinspaziert. Zwergenlachs. Zweimal. Flammensperr. Ich hab gar keinen Flammensperr. Wieso hab ich keinen Flammensperr? Das ist nicht viel cooler? Irgendwie, falls nochmal... Komm, falls nochmal... Oder hab ich die jetzt schon verkauft? Ach komm. Egal. Hier vielleicht, bei ihm, da hinten, kann man da was machen. Schirix. Ich find ja trinken... Komm, wir trinken einen. Wir trinken nochmal einen. Damit er uns nochmal einen vordanzt. Vielleicht ist hinter ihm ja der, der, äh, Schwert, äh, Schmied. Irgendwo muss man das ja hier machen. Er findet sich auch ganz toll, ne? Diese verrückten Zwerge, die... Wie lange will er denn noch kämpfen? Ist gut jetzt. Ach. Gott, immer diese langen Sequenzen. Der ganze Raum dreht, Cheetah. Verdammt, ich glaube, ich bin ein bisschen beschwippt. Ja, ich... Kein Wunder sieht das alles dreht hier. Ja, kann der helfen? Oh, ich dachte schon, was für ein schönes Ding. Aber dann warst es doch du, Rudia. Willst du auch was trinken? Nein, ich habe gehört, dass du nicht zurückgekommen bist. Also habe ich nach dir gesucht. Huch, ist es wirklich schon so spät? Die Leute hier sind so fröhlich. Da habe ich wohl die Zeit vergessen. Ja, ja, meinst du nicht, du hast genug getrunken? Lass uns jetzt zurückgehen. Puh, wenn du meinst, Rudia, dann gehe ich wohl heim. Wer war denn das jetzt? Wer war das? Und wem haben wir denn da jetzt gesappelt? Und heimgehen und... Das war jetzt interessant. Ich dachte, hier hilft mir jetzt jemand mit dem Schmieden. Schmieden, aber ich mache ja hier schon wieder ganz andere Sachen. Ne, mit dem rede ich nicht schon wieder. Hier, guck mal. Waffenschmied. Waren wir doch gerade schon. Sollen wir uns mal helfen? Zwergisches Rüstzeug. Das Stein hat manch ein Mensch. Kann darin wohl keinen Schritt machen. Bin doch hier beim Schmied. Warum? Wo denn? Ja. Haben wir hier nicht auch schon alles mitgenommen? Bestimmt. Ich war doch hier schon überall. Ja, da ist doch die andere Tür. Da sind wir doch auch gerade langgekommen. Hm. Ich weiß nicht, wen wir da jetzt gerade zurückgeschickt haben. Das war bestimmt wichtig. Aber das war immer noch nicht... Ja, ich verstehe halt nicht. Schmiedmäßig muss es doch hier auch was geben. Jemand, der uns hilft. Bitte hilft uns doch jemand. Die verkaufen hier nur Sachen. Und anstatt uns hier mit unserem... Mit unserem Erd zu helfen. Echt, da... Kommen wir nicht weit. Hallo. Reinspaziert. Hm. Kann man ihm das... Kann man ihm das vielleicht verkaufen? Einfach nur verkaufen? Und dann... Och, ich gucke mal nach. Mal gucken, was ich herausfinde. Vielleicht verkaufen wir ihm das. Ich will es nicht verkaufen. Nicht, dass man das nicht verkaufen soll. Ihr wisst, was ich meine? Bis gleich. Immer wieder gibt es was zu entdecken, was ich noch nicht gefunden habe. Ganz unten rechts auf der Karte. Das ist unser eigentlicher Weg. Nicht in die Burg zum Schmied und Plattener, sondern hier unten rechts nehme ich mal an. Denn hier waren wir noch nicht. Und deswegen gehe ich da mal hin. Und ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. So, Kokols Schmiede. Und ich wette, der Typ, den wir gerade da weggeschickt haben, ohne es zu wissen, ist genau der, den wir jetzt hier gesucht haben. Hey, Rydia, ich lasse mir ein Schwert anfertigen. Schön, dass du das Abenteuer liebst, aber nimm dich vor Monstern in Acht. Kein Problem, mit so einem Schwert schreckt mich kein Monster. Naja, Leviathan wird sauer auf dich sein, wenn du dich hier Gefahren aussetzt. Ach, das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Dann solltest du dich aufmachen. Deine Freundin sorgt sich um dich. Okay, dann bis später. Besuch mich doch mal im Land der Beschwörbaren. Okay. Das ist also... Warte mal, das war doch die Person, die auch, äh, genau, uns losgeschickt hat mit Oase. Aber das war doch in der Oase jemand. Vielleicht gibt es da noch mehr. Sie meinte doch auch Freunde und nicht nur einer, ne? Allheilmittel gefunden. So. So, hier finden wir also die ganzen Leute, die... Mh, mh, mh. Ja, das ist ja cool hier. Das ist echt spannend gerade. Das hier ist Kokols Schmiede. Die Arbeitsstätte der besten Schmiede der Welt. Na, ich glaube, hier sind wir richtig. Sehr richtig. Meister Kokol hat lange nicht mehr den Hammer erhoben. Neulich schläft er den ganzen Tag. Ja, aber wir haben ihn ja aus der Kneipe jetzt wieder geholt. Also soll er mal jetzt schmieden. Es wird doch der sein. Oder der andere von den Freunden ist es bestimmt der Schmied. Kokols Schmiede. Soma-Träne gefunden. Sehr schön. Das ist dieses, was ich schon mal meinte, was, ähm, MP, glaube ich, erhöht. Meine Schmiedetage sind vorbei. Was bringt es mir noch, neue Waffen zu schmieden? Ohne das legendäre Erz-Adamantit kann ich meine Arbeit nicht mehr übertreffen. Ja, dann. Her mit dem Zeug. Bitte schön. Das legendäre Erz-Adamantit. Kann ich meinen Augen trauen? Bitte, mein Freund, erlaub mir deinen alten Schwert damit zu neuem Glanz zu verhelfen. Ja, gerne. Legendärklinge übergeben. Geil! Eines der besten, stärksten Schwerter, die wir kriegen können, wird jetzt für uns geschmiedet. Und das finde ich total toll. Und da schmiedet er wieder. Meister Koko ist wieder ganz der Alte. Übe dich in Geduld, mein Junge. Ein gutes Schwert schmiedet man nicht über Nacht. Doch, ich glaube, in diesem Falle schon. Aber man soll einfach nur, auch ich will eines Tages ein großer Schmied wie Meister Koko sein. Äh. In diesem Falle sollen wir uns, glaube ich, irgendwie beschäftigen, bis der dann fertig ist. Immer mal reinschauen, hieß es in irgendeiner Lösung. Dann machen wir das doch. Ich weiß nicht, wann und wie lang. Ich gehe mal raus und wieder rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon gereicht hat. Es schmiedet aber noch. Ich glaube, er muss aufhören zu schmieden, damit es, ja. Ne? Schon klar. Ja, was gibt es jetzt zu tun? Äh, jetzt muss es nach Mysidia gehen. Wir kommen hier natürlich wieder und holen uns unser Schwert ab. Aber bevor ich jetzt hier rumdümpel, ähm, geht es einfach mal weiter. Wo ist jetzt wieder diese komische Stelle? Da. Geht es nach oben. Und dann müssen wir natürlich nach Mysidia. Das sagen die ja irgendwie auch immer. Ähm. Und nach Fabo müssen wir auch noch. Und das ist Baron. Ich weiß immer gar nicht. Wo ist nochmal Mysidia? Ich weiß immer nicht, wo die Städte hier sind. Hier ist die Oase. Das geht nicht. Obwohl wir da doch noch jemanden hatten, der irgendwie gesucht wird. Ne? Das ist eigentlich so das, was ich im Kopf habe. Ähm. Das wird es auch nicht sein. Das ist gar nicht mehr, wo wir angefangen haben. War das hier oben? Sind wir hier richtig? Können auch diesen Wüstensand irgendwie nicht halten, ne? Das ist das Ding. Dödel-dö. Wo ist das? Burg Damzirn. Okay. Hier sind wir ganz falsch. Ganz falsch. Ganz falsch. Mysidia. Mysidia. Bist du? War das denn überhaupt eine Burg? Oder war das nicht eher so ein Dorf? Hm. Ich glaube, ich glaube, das ist der ganze Anfang hier. Sind wir Zinia hier? Burg Fabul. Aber hier sollen wir doch auch hin. Hier haben wir nämlich, ähm, auch was zu tun. Und zwar suchen wir in Fabul die Frau von, die Frau von Edge. Denn die lebt ja hier und die weiß gar nichts von dem anderen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wie teuer ist das bei dem hier nochmal? 100 gilt und ist ja nix. Ähm. Die weiß ja gar nichts davon, dass wir den gefunden haben. Und ich glaube, dass wir deswegen zu ihr auch noch sollten. Ich versuch's einfach mal. Weil wir haben ihn ja gefunden. Waffenschmied und Plattner. Mensch, wo lebt die denn nochmal? Die war nicht in Burg Fabul wohnt die. Genau, die wohnt in Fabul alleine nur. In diesem Häuschen. Dann brauch ich gar nicht die Burg abklappern. Glaube ich. Oder? Die wohnte doch nicht direkt hier. Die wohnt doch. Oder doch? Es gibt ja gar kein Dorf. Es gibt ja nur Burg Fabul. Es gibt ja nicht nur Fabul und Burg Fabul. Aber dann muss die ja hier irgendwo wohnen. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht mehr, wo. War das nicht tatsächlich irgendwo oben? Die wird doch nicht im Thronsaal wohnen. Und hier? Nee, hier ist der Kristallsaal-Mensch. Warum in einem Kristallsaal? Hör mal dieses Herumgeirre. Hier ist er. Im Hintergrund. Ich mach mal kurz einen Cut und such sie mal. Bis gleich. So zwischendurch, bevor ich, äh, jetzt, äh, Dingens, die Frau von, ähm, ach, wie heißt er denn nochmal gefunden habe? Ihr wisst schon. Hier mal eine kleine, ähm, Tanzeinlage nochmal. Das ist ganz toll. Ist ganz toll. Was? Ein Mönch, der sich als eine Frau getarnt hat. Lustig. Er findet sich ganz klasse. Und zack. Ha. Ist er wieder eine Frau. Und man denkt, das ist das Tanzmariechen. Toll, oder? Ja, aber ich muss ja weitersuchen. Also bis gleich. So, da bin ich an der richtigen Stelle und hab die Frau von... Young. Genau. Young. Gefunden. Was? Mein Mann ist in der Unterwelt? Ich glaube es nicht. Was macht er ausgerechnet an einem solchen Ort? Nein. Ich weine nicht. Ich hab nur etwas im Auge. Dieser faule Taugenichts hier. Bratet ihn damit eins über, damit er wieder zu Sinnen kommt. Bratpfanne erhalten. Ja, und so suspekt es auch erscheint, soll man jetzt Young einen über die Rübe ziehen. Und so belebt man Young wieder bei den Sylphen. Ja, das ist der Hammer. Wir haben eine Bratpfanne bekommen. Ich bin froh, dass das aber geklappt hat an der Stelle. Natürlich sehen wir uns dann im nächsten Part wieder bei Young im Haus der Sylphen. Und um da wieder hinzukommen, darauf freue ich mich. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht durch die ganze Hülle nochmal mich kämpfen. Kann aber sein, dass es so ist. Deswegen bin ich froh, wenn wir einen Cut machen und ihr das alles gar nicht sehen müsst. Dann sind wir direkt bei Young wieder. Und dann braten wir ihm eine über. Dann ist Young wieder bei uns, bei Sinnen und wach. Und dann geht es nach Mysidia weiter. Und das ist dann der Hauptquest. Und das Schwert dürfen wir auch nicht vergessen. Also Sylphen, Bratpfanne, Young, Schwert. Und dann ab nach Mysidia. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 4. Bis dann!